Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Challenge und ja, dieses Mal läuft alles ein bisschen anders ab. Lasst mich kurz erklären, denn ja, mir kam zu Ohren von euch quasi, dass ihr ganz gerne meine Gedankengänge besser nachvollziehen können würdet, dass ihr quasi, naja, lernt, wie man als Coder denkt und die neuen Challenges sind jetzt so aufgebaut, beziehungsweise was heißt die neuen, das ist die erste, die ich aufnehme. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und die heutige Challenge ist auf jeden Fall so aufgebaut, dass ich nicht schneiden werde, dass ich auch kein Skript habe, dass ich quasi gar nichts habe, außer die Challenge. Ja, und das möchte ich gemeinsam mit euch lösen und wie ihr euch auch gewünscht habt in einer anderen Sprache, deswegen werden wir heute uns C zur Brust nehmen. Und deswegen wollen wir eine Challenge machen, die man auch eher, glaube ich, in C-Style dann lösen kann. Natürlich habe ich mir aus Versehen in meinem Kopf schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht, aber eben noch kein Skript, kein gar nichts, deswegen, ja, lasst uns direkt anfangen. Und ja, so, die heutige Challenge ist, wir wollen Dezimalzahlen, Dezimalzahlen, ja, ich schreibe es sogar noch in Python, seht ihr das? Richtig schlimm. Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln. So, dazu brauchen wir natürlich erstmal die Dezimalzahl und die bekommen wir, naja, sagen wir mal, durch unsere int-Funktion, beziehungsweise int-Main-Funktion und hier drin kann man ja auch die Argumente übergeben. Ich würde die ganz gerne eigentlich über die Argumente übergeben hier, argv. So, und ja, wir haben hier drin dann die Möglichkeit, die Zahl im Endeffekt anzugeben in der Command-Line, also im Terminal oder wo auch immer ihr das Ganze löst. So, übrigens, nicht wundern wegen dem Hello World hier, das wird mir von C-Line, das ist unsere IDE, wird mir das direkt angegeben, dass ich das bitte mit Hello World angeben soll, damit man vielleicht testen kann, ob das Ganze hier funktioniert. Das können wir, wobei, wir können es auch einfach mal kurz ausführen, um zu testen, ob überhaupt der Code, ja, er läuft. Okay, wunderbar. Das heißt, Compiler und so weiter funktionieren immer noch wunderbar. Wäre jetzt auch komisch, wenn es nicht funktionieren würde. So, ja, was wir jetzt noch machen wollen, ist natürlich, wir wollen hier drin sagen, okay, wenn wir nicht zwei Argumente haben, dann, naja, dann hat das Ganze keinen Wert und dann lassen wir das natürlich. Das heißt, wenn argc kleiner ist als zwei, das heißt, wir haben zu wenig Argumente, dann bitte löst das Ganze für mich und jetzt sagen wir hier einfach ein printf, provide, provide, genau, provide two arguments. blocks. So, okay. So, das zweite. Ah, yeah. Okay, ihr seht, was passiert, wenn ich nicht schneide. Das zweite ist, wir wollen hier dann einfach die Funktion aufrufen, die das Ganze für uns löst. Und, ja, in unserem Fall sollte das, denke ich mal, eine separate Funktion sein, sonst wird das hier echt unübersichtlich. Und dann sagen wir einfach mal deck, deck to, achso, das ist die Python-Schreibweise, deck to binary. Und wir übergeben natürlich hier, ja, was übergeben wir denn hier ran? Wir wollen argc wie von 1 übergeben. Argc wie von 0 ist immer das Programm selbst. Also, wenn das Programm in dem Fall untitled 1 heißt, Entschuldigung, dann ist argc wie von 0 ist untitled von 1. Also, äh, untitled 1 einfach, einfach der Name des Programms. Deswegen macht das hier jetzt nicht wirklich so Sinn. So, hier brauchen wir natürlich erstmal die neue Funktion. Ähm, und wir wollen, dass die Void-Char, ne, wir wollen eigentlich ein Int hier drin haben. Das soll bitte ein Int sein. Ähm, und sorry, wenn das hier arschklein ist. Wie gesagt, 4K macht manche Sachen besser, manche Sachen funktionieren noch nicht so gut. Das hier, da steht Char-Stern-String. Okay, und wir wollen hier ein Int drin haben. Eigentlich brauchen wir auch keinen Int-Pointer. Äh, einfach nur ein Int. Einfach einen ganz normalen Int. Äh, Number. So, Create. Okay, ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das hier ein Char ist. Jetzt müssen wir das noch konvertieren. Ähm, wir müssen, ne, wir wollen es nicht casten. Wir wollen das, äh, umwandeln. So, und jetzt haben wir nämlich das große Problemchen hier, dass wir einen Char hier drin haben und wir haben, ähm, ja, also wir scheitern schon quasi, bevor wir die Challenge eigentlich haben. Ähm, wir müssen das jetzt umwandeln in ein Integer. Jetzt können wir es natürlich einfach so konvertieren hier. Int, ähm, einfach mal casten. Genau, der Carsten ist auch im Haus. So, okay, jetzt haben wir hier den Int. Ähm, cast to smaller integer type int from Char-Stern. Ähm, ja, wir gucken einfach mal, was hier am Ende rauskommt. Ich glaube, das funktioniert noch nicht so richtig. Normalerweise müssten wir dann den ASCII-Wert bekommen. Und das wollen wir ja nicht printf. Ähm, wir wollen, äh, wir wollen die Number printen. So, und wir machen das natürlich als Format String. Wir sagen hier %i wird geprintet. So, bin ich gespannt, was passiert. Wahrscheinlich bekommen wir, ah ja, ja, okay, ja, ist okay. Ähm, gut, dann lassen wir uns das mal aufrufen. Ähm, hallo, a.out müsste es doch da sein. Nein? Okay. Gut, dann gehen wir über die, äh, über die Run Config und sagen hier Program Arguments. So, was geben wir hier ein? 1,42 natürlich. Okay. Tu es und starten wir. So, und ja, jetzt haben wir, oh, verdammt. Okay, wir haben offensichtlich einen Overflow, ähm, einen bösen Overflow, was zur Hölle ist gerade passiert. Ähm, ja, okay. Was wir machen müssen, ist eine andere Konversion hier offensichtlich, weil wir können hier jetzt auch nicht irgendwie hergehen und das Ganze, also wir könnten natürlich das Ganze auch uns errechnen, aber das ist auch super, super aufwendig. Ich habe da eine Funktion im Kopf. Jetzt müssen wir gucken, ob wir diese Funktion hier wirklich noch so finden. Ich meine, sie war in stdlib.h und ich meine, die Funktion ziemlich sicher heißt a2i, ja, also quasi a2i, ja, a2i, perfekt. Genau diese Funktion habe ich gesucht, ähm, die konvertiert euch im besten Fall eine Zahl in ein, äh, in einen String, in eine Zahl. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. So, ja, 42. Okay, das ist schon mal sehr gut, weil, ja, also das ist ja noch nicht mal unsere Challenge eigentlich. Wir wollen ja erstmal hier dezimal in, ähm, in Integer oder in Binary umwandeln und damit fangen wir quasi jetzt erstmal an. So, ähm, warum wird das mit Gap markiert? Was ist damit los? Use to convert a string to an Integer-Value, but function will not report conversion errors. Consider using str-toll instead. Das kenne ich gar nicht. str-toll, was macht das? str-toll. Was brauchst du noch für einen Parameter? Ähm, too few arguments. Ja, dann gib mir mal die Signatur, bitte. Ähm, number pointer, end pointer, base. Äh, äh, end pointer? Was für einen End pointer brauchen wir denn? Wir brauchen keinen End pointer. Ähm, ähm. Ach, vor allem, ähm, str2l ist ja eigentlich dann too long. Ich will aber keinen long, ich will einen Integer. Gibt es das auch? str2i? Gibt es nicht. Ähm, implicit declaration of function is invalid in C99. Ja, nee, wir bleiben bei A2E. Das passt. So, äh, die funktioniert. Ist mir egal, wenn die keinen Error reportet. Ähm, das ist dann quasi des Users schuld. So, ähm, jetzt wollen wir hier allerdings, ähm, die Zahl umwandeln. Und zwar in eine Binärzahl. Wir machen das Ganze über, äh, shiften. Das heißt, wir bit-shiften wirklich die ganze Zeit eine Zahl raus. Und gucken, ob die 1 war oder nicht, okay? Das, das ist quasi, glaube ich, die coolste Variante. Das ist auch die C-artigste Variante. Ähm, wir wollen allerdings hier mal noch ganz kurz unsere Number ausgeben lassen. Vernünftig. So, und, ähm, ja, das machen wir folgendermaßen. Wir schreiben uns eine Vorschleife und wir müssen hier durchlupen. Ähm, wir fangen an mit einem, mit einem int i. i ist 0. Ähm, und wir gehen bis i kleiner als, so, wie viele Stellen haben wir denn? Ähm, naja, wir müssen ja size, also wir müssen quasi so lange weitergehen, bis wir am Ende von dem Integer angekommen sind. Das heißt, wir machen hier size of int eigentlich, weil, naja, das kann ja jederzeit anders sein. Size of int. Und gehen immer 1. Weiter, i++. So, und jetzt shiften wir die ganze Zeit eine Zahl raus. Ähm, und das müssen wir uns irgendwo rein speichern. Das heißt, wir sagen hier int, ähm, int k, keine Ahnung, key oder sowas. Ähm, und sagen, hier, wir wollen k setzen auf. 1, aber nach links geschifftet, also quasi, ähm, 2 hoch i, 2 hoch i im Endeffekt. Und zwar, ja, 2 hoch i, genau. So, das ist im Endeffekt das, was wir hier machen. Wir berechnen quasi 2 hoch i gerade. Ähm, und jetzt gucken wir, ob diese Zahl eigentlich in unserer Number vorkommt. Das heißt, wir sagen hier, so, das wäre zumindest mein Gedanke. Ähm, wir wollen das Ganze jetzt verunden, also binär verunden. Das heißt, wir überprüfen, äh, wir brauchen noch ein Integer. Int check. Check ist gleich, ups, ist gleich. Ähm, k und Number. So, und wenn wir k und Number jetzt haben, dann, also wenn wir dieses logische und machen, dann ist ja k überall 0, außer an dieser einen Position von i. Ähm, und da wollen wir quasi überprüfen, ob das Ding quasi 1 ist oder ob es 0 ist. So, und was wir jetzt machen, ist im Endeffekt, wir sagen, ah, da oben will ich auf jeden Fall noch eine neue Zeile haben. Und jetzt will ich das ganze Ding einfach ausgeben. Jetzt will ich einfach mal check ausgeben. Ähm, printf check. So. Okay, das werde ich trotzdem rausschneiden müssen, denn mein Bauch hat gerade gekrummelt ohne Ende. Okay. Ähm, printf check. Und, das sollte, achso, nee, halt, wir müssen hier natürlich den Integer ausgeben. Ähm, Prozent, ja, Prozent i eigentlich, oder? Da müsste eigentlich Prozent i, müsste so funktionieren. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, bevor wir hier weitermachen. Ähm, und 0, ähm, 0208, okay, das funktioniert noch nicht, so wie ich das wollte, weil wir offensichtlich gerade, 0208, ähm, ah, mache ich das Ganze direkt in Bytes, oder? Das ist natürlich doof. Ähm, das will ich nicht. Nee, tun wir nicht. Ähm, wir machen das Ganze nicht in Bytes, sondern wir machen das Ganze hier gerade mit einem Check. Und der Check hat ja dann den Inhalt von K, oder er ist 0. So. Und wenn der Inhalt von K nicht 0 ist, dann ist er in dem Fall 2 oder 8, was im Endeffekt diese 2 hoch irgendwas wäre. Ähm, nee. Dann will ich hier if, ähm, if Check gleich gleich 0. Dann soll er bitte Check ausgeben, was, was im Endeffekt 0 ist. Also ich meine, das ist komplett für den Arsch jetzt, was ich gerade mache. Aber ansonsten soll er mir bitte, ähm, 1 ausgeben. So, und jetzt haben wir 0, 1, 0, 1. So, jetzt müssen wir noch kurz gucken. Also wir haben auf jeden Fall nicht genug Stellen. Wir haben hier 4 Stellen. Ähm, ich glaube, das Ganze ist in Bytes gerechnet. 4 mal 8 wäre 32. Das ist ungefähr das, was wir hier haben wollen. Das heißt, wir müssen hier mal 8 machen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen. 0, 1, 0, 1, ähm, 0, 1. Okay, das ist definitiv zu viel. Jetzt recht, okay, jetzt gucken wir mal, was hier eigentlich in unserer 42 drin steckt. So, also 42 ist gleich. Ähm, okay, das Höchste, ähm, 2, 4, 8, 16, 32. 32 steckt da drin, aber 64 definitiv nicht mehr. 32, dann sind wir hier noch bei 10. Dann haben wir 10, ähm, da steckt die 16 nicht drin. Die 8 steckt drin, dann haben wir hier noch, ähm, minus 8. Dann haben wir noch 2. Das heißt, die 4 steckt nicht drin, die 2 steckt drin, die 1 steckt nicht drin. So, das ist 42 in Binär. Ähm, ist gleich das in Binär. Okay, also 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eigentlich haben wir es, es ist nur leider falsch rum. Also, das heißt, das hier ist eigentlich vorne dran. Jetzt müssen wir quasi diesen String hier umdrehen. Jetzt, wie machen wir das? Ähm, okay, wie machen wir das? Wir gehen hier oben her und sagen, also eigentlich haben wir es schon quasi rausgefunden. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, so. Und wir gehen jetzt hier größer als 0. Achso, nee, halt, da müssen wir aber noch 1 abziehen. Vorher minus 1. Und dann sagen wir hier größer gleich 0. Und jetzt stören mich die Semikolons. Eieiei. Ah, okay. So, und jetzt müssen wir hier natürlich i verringern. Jetzt sollte das eventuell funktionieren, wenn ich richtig gerechnet habe. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Das war doch gerade das, was wir hatten, oder? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Ähm, jetzt probieren wir das nochmal mit ein paar anderen Zahlen. Ähm, das heißt, wir, ähm, wir testen diese ganze Funktion jetzt hier. Und das machen wir auch in unserer Main. Ähm, achso, wir, ja gut, wir haben halt nicht das Ganze als String zurückgegeben. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Okay, das heißt, wir testen einfach von Hand. Ähm, okay, bei 42 funktioniert das wunderbar. Jetzt machen wir hier mal 1, 3, 3, 7. Ähm, oh Gott, das muss ich dann noch ausrechnen, wie viel das ist. Okay, also, wir überprüfen jetzt einfach mal, ob das 1, 3, 3, 7 sein kann, okay? Also, 1 plus, äh, 2, 4, 8, 16 und 32. 64, 128, äh, 256, 256, 256, ähm, 512 und 1024, 1024. So, ähm, wenn ich das jetzt so aufrechne, oh Gott, Leute, Kopfrechnen, das ist das jetzt gerade nicht mehr. Wisst ihr was? Taschenrechner, fuck it. So, ähm, 1024 plus 256 plus 32 plus 16 plus 8 plus 1 ist 1, 3, 3, 7. Wir haben es hingekriegt, Leute. Wir haben die Challenge gelöst in C mit Bit-Shiften. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt absolut das, das, ja, wer, wer würde sowas mit Bit-Shiften machen? Aber, warum nicht? Wir sind ja hier zum was lernen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne Bescheid, ob ihr noch mehr uncut wollt oder ob ihr lieber wieder vorbereitete Varianten haben wollt. Und, wenn ihr keinen Unterschied gemerkt habt, ist auch fein, dann dürft ihr mir das auch gerne sagen. Dann, äh, nehme ich das einfach mal als Lob hin. Gut, wir haben uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.